ähm... nö 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 jetzt wechsle ich die Waffe hier war das noch mal đ الذיה ist nochmal für den fuhrer Bogen ich hab´s vergessen in der Zeit die störung nicht erklärt doch vorwärts bewegen und aus welchen spründen aktion kampf rechte maus hast du nächstes waffen auswählen nach oben scrollen ok scheiße direkt vor mir ich habe zu lange gebraucht alter schwede ich werde hier von beiden seiten bekämpft das kann ja nichts werden so sehr schön schön die feinde looten jetzt schon jemand hier wäre wieder wandpfeile sind wir vielleicht als ersten verdammt ja den vor uns hört man vielleicht auch ja sniper ab scheiße sicher gar nichts ich bin jetzt ziemlich ungeschützt das looten muss sein ach scheiße wo sind die denn dackel entzünden wozu das denn jetzt wo seid ihr ja nein das wollte ich nicht ein bisschen blumen das sind die gegner nicht das ist kritisch zwei geschossen der fällt da au der arme und der und und denn der und die die würde ich schon gern hier rum Und liefen sie mir über den Weg, zeigte ich keine Gnade. Aber nun brauche ich andere. Um voranzukommen, muss ich die Insel beherrschen. Also werde ich eine kleine Gruppe loyaler Gefolgsleute um mich scharen. Sie müssen begreifen, wie wichtig Macht und Organisation sind. Und noch wichtiger, sie müssen ohne Zögern töten können. Denn das wird ein Teil ihres Lebens sein. Sie brauchen Struktur, ein Ziel und Arbeit. Und wenn die Insel mein ist, werde ich das wahre Geheimnis der Stürme lüften. So ist das also. Wir gehen irgendwo hoch. Auf die nächste Etage. Sieht fast so aus, als könnten wir da hin. Ich habe auch keinen Bock, hier hinten runterzufallen. Wie sind die denn da hinten hochgekommen? Ach du Scheiße, kommt direkt zu uns. Wo sind denn die? Ach Scheiße. Du brauchst nichts dann hier in Feiern die Brust. Ach, das ist der wird... Scheiße. Nicht gut. Ich gehe mal hier runter. Wo sind die? Ach, da ist er. Der gibt noch. Kopfschuss. Aus dem Weg, sie hören mir! Das sind die. Brustgegner. Da gehe ich so nicht hin. Da muss ich von hinten irgendwie. Ach, Scheiße. Ich glaube, ich nehme eine andere Waffe. Ich weiß doch, wie ich den hinkriege. Ich muss bloß irgendwie hinter ihn kommen. Ah, verdammt. Heino gibt es hier nicht, oder? Der ist flink. Da geht er da unten. Ach, Scheiße. Wir fahren Bogen zurück. Okay, den haben wir besiegt. Warum nicht alles so schwer, muss man nur mal gucken, dass der sich mal duckt. Ist das jetzt hier schon die Antenne, wo wir hin sollen? Oder ist das was anderes? Das sah von außen schon fast so aus. Ja, genau dort sollen wir noch hin. Oder nicht? Okay. Fähigkeitspunkte haben wir keine. Jetzt haben wir auch irgendwie schon voll den Bogen. Geht nicht besser. Ich mache mal schnelleres Nachladen. Also finde ich die Kanone hier noch nie wirklich genutzt, aber es ist ja nur meistens, ich glaube gerade im Kampf schon, aber meistens eher feiernd Bogen. Okay. Das ist was explodiert, nicht. Und es gibt doch bestimmt wieder einen Kampf. Achso, da komme ich her. Hier muss ich links. Wieso Treppen nehmen, wenn man springen kann? Äh, okay. Ein bisschen orientierungslos. Da findet ihr die Orientierung von der Bratwurst. Achso, wir können hochklettern. Das ist praktisch. Okay. Mal absteigen, bitte. Ach, nö. Wie können wir denn loslassen? Mit E? Was ist denn hier? Bitte loslassen. Springen. Achso, okay. Jetzt werde ich fast runtergesprungen. Es ist aufgekratzt hier. Vorsichtig, ja, aber schnell. Oha. Vor allem vorsichtig. Wenn wir hier fallen, das wird kritisch. Boah, diese Aussicht hier. Können wir die mal kurz genießen. Es muss bitter eisenkalt sein, mit den bloßen Händen hier an dem Metall, mit dem Eis und Schnee. Okay, Höhenangst wäre hier gerade sehr schlecht. Okay, weiter voran. Guck hier. Hier werden die Sprossen auf. Ich hoffe, wir müssen hier nicht springen. Bitte nein. Bitte nein. Ach du Scheiße. Hier will man nicht abstürzen. Ja, wir haben Rion. Alex? Lara. Ja, hier müsste es die Besten anpacken haben. Okay. Der Turm müsste das Signal des Senders verstärken. Okay. Gut, such den Notkanal. Und warte auf ein klares Funksignal, Leg das Ding doch nicht daumen ab. Das ist kein Bauch. Hey. Wir drücken hier unten die Daumen so fest wir können. Danke. Oha. Ja. Okay, wir. Okay. Wir sind da einstellen. Ja, da rauscht was. Oh. Ich finde das schon sehr gut. Und ich weiß nicht. Warte nicht. Du hast mich schon geschafft. you know what. You know what. Ich weiß nicht. Davor steht doch fast was. Hier ist was. Ne, nix. Jetzt noch sehr scheiße an. Oh. Das ist ja gut. Komm schon, komm schon. Mayday, Mayday. Hier spricht Lara Croft von der Endurance. Ihr Flugzeug N177A. Wir suchen seit dem Notsignal Ihres Schiffes nach Ihnen. Hatten kaum noch Hoffnung. Wir auch nicht. Wir können Sie ungefähr orten. Kriegen wir ein visuelles Signal? Mir fällt schon was ein. Wir nehmen Kurs auf Sie. Out. Ja, Lara Croft, du bist meine Heldin. Hey, hat Reyes gerade tatsächlich gelächelt? Gut. Haben wir es geschafft, alle gerettet? Ende? Oder was? Ja. Das kann es doch noch nicht sein. Ein Feuer. Benzin, Flammen. Das kriege ich hin. Ah, ja. Ich dachte, da läuft noch einiges schief hier beim Hilferuf. Empfangen Sie ein Signalfeuer. Bevor ich springe, lassen Sie mal diese Aussicht hier genießen für eine Minute. Alter Schwede. Wir sind ziemlich hoch. Dann würde ich mal sagen, hopps. Dann rüber mit uns. Oha. Okay, das gibt kein Feuer. Hier können wir vielleicht irgendwo ein Feuer machen. Ach, nee. Wir haben noch keine Brandpfeile. Das ist ja nicht, wie finden Sie irgendwo welche. Feuerstrahl. So sollte es gehen. Okay, jetzt können wir die Facke. Oh, eine Feuerkolle. Oh, eine Feuerkolle. Entzünden. Ah, ja. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh, oh. als ob wir da nicht hochkommen kann man Pfeile anzünden und da reinschießen oder mit der Waffe drauf schießen es macht nur Lärm aha ein Glaslack drauf drehen jetzt müssen wir nur noch die Fackel die mal ranhalten und weg hier ich weiß nicht ob wir hier bleiben sollten das wissen unsere Gegner auch immer sind und es wird den Stütz da es war klar dass das so einfach nicht wird es war so einfach nicht glättig werden alle scheiße Quicklame Events auf das Ziel zu kommen auf den Events des Todes erstmal auswächeln hier ach du Heiliger ach du Heiliger und eine Festhalten da kommt eine Turbine weg hier nein knapp daneben ist auch vorbei tja holen wir das ganz normal die ganze Rutsch-Party nochmal von vorn neilu ah puh die geh mal lieber hier hoch festhalten festhalten und springen fantastisch das war knapp die Rettung sollte wohl nicht sein der Pilot ich muss zu ihm ja ist klar aber zwar sind Kugel durch den Fettwinger ja ach du scheiße das ganze Haus stürzt ab hier und hier nein 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 knappe Angelegenheit hier alles holy moody alles alles marode hier alles marode hier was zum Teufel haus ab oh nein oh nein Lara bist du da jetzt nicht ach so einer schon wieder verdammt jetzt hätten wir einen zu ja genau wenn er einen zuschlagen will verdammt verdammt na komm sehr schön verdammt und für einen Bogen bin ich besser erst mal die Zeit muss sein wo ist unser tapfer Pilot ok bei dem können wir nichts mehr machen ich habe das Gefühl wir müssen da irgendwas am ähm an den Faden machen das ist nur einfach so hell wie ich dazu ok hier ein Nager ja hier ist für nichts reichen es wird für nichts reichen Lara! was zum Teufel ist passiert? dieser Sturm er kam aus dem Nichts die Wolken haben das Flugzeug eingehüllt Lara hör zu ich habe den Absturz gesehen du musst also in meiner Nähe sein komm einfach nur zu mir ok ok bin unterwegs oha das war eine volle hier drüben hier anmessiert ach scheiße in die Eier da Seil mit der Maustaste mit der Maustaste okay 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 es ist im ich habe eine die die ich habe eine die 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 Okay. Dafür sind die Bänder hier da. Nein. Man muss nicht jemanden... ...die anderen Sachen aus. ...die mittlere Maustaste des Mausrads zum Wechseln. Okay, vielleicht kommen wir jetzt hier hoch. Da müssen wir natürlich jetzt auch irgendwo sein, oder? Uns arbeiten. Uns holen, sammeln, finden. Hier gibt's lecker Boots. Lecker Schmecker. Hier gibt's lecker Boots. Lecker Schmecker. Hier gibt's lecker Schmecker. Hier gibt's also die Hände in der Wettbewerbe. Hier gibt's auch Olafl às Schiff. Hier gibt's die Hände in der Beine. Auch hier gibt's eine Hände in der Manasse. Hier gibt's jemanden Ihre Bänder in der Wettbewerbe. Untertitelung des ZDF, 2020